Für mich bist du meine Tochter und jeder Mann, dem die Ehre deiner Liebe zuteil wird, sollte von aller Welt beneidet werden. Halten Sie mich dann auch für so reizvoll? Ist es die Frau, die einen Mann davon abhält, sich in den Ruin zu stürzen, die ihn wahrhaftig liebt? Wenn du willst, dass ich jemals wieder glücklich werde, dann musst du dich reich vermählen! Nein! Du gemeiner Mensch! Ihr meint, sich reich zu verheiraten? Ganz recht! Er muss sich reich vermählen! Ein reines Herz, Jugend, Schönheit? Ich hoffe, das findet ihr auch? Sicher! Aber er braucht nun mal Geld! Ich bin keine Frau für Frank! Lady Arabella und Lady de Corsi sind zwei aufgeblasene, egoistische, alte Schachtel. Liebe! Ich werde dich loslassen und dich nie wieder fragen, ob du mich heiraten willst, wenn du hier und jetzt sagst, dass du mich nicht liebst. Nein! Libert Resort! Vielen Dank.